Einen persönlichen Geburtstagsgruß von Jason Momoa, 41, bekommt nicht jeder, und so geriet die kleine Tiana völlig aus dem Häuschen, als sie die Videobotschaft des Aquaman-Stars sah. Ihr Vater D. Wayne Johnson, 48, filmte ihre herzige Reaktion. Jason Momoa gratulierte zum dritten Geburtstag. Die kleine Tiana wurde am Sonntag, 18. April, süße drei Jahre alt. Ihr Alter hält sie nicht davon ab, schon genau zu wissen. Wer in ihren Augen der größte Superheld aller Zeiten ist, eindeutig Jason Momoa. D. Wayne Johnson, der selbst schon viele Actionfilme drehte, nimmt die Vorliebe seiner Tochter gelassen und bat seinen Kollegen um die personalisierte Geburtstagsnachricht. Und D. Wayne filmte, wie die kleine Tia mit ihrer fünfjährigen Schwester Jasmine vor dem Fernseher saß, um Jasons Videobotschaft anzuschauen. Ich konnte leider nicht bei dir sein. Aber ich liebe dich und sag deinem Vater, ich liebe ihn auch. Sagte Momoa darin. Ich seh dich bald, einen schönen dritten Geburtstag. Bye, Jessie, bye, Tia, liebe euch. D. Wayne Johnson teilte Tias Freude auf Instagram. Sein Video von Tia, die vor Begeisterung auf- und abhüpft, postete D. Wayne Johnson auf Instagram. Dazu schrieb er, ich musste ihn anrufen. Das tun Väter eben. Ich kann man meinem Bruder, Momoa, nicht genug dafür danken, den Geburtstag dieser anbetungswürdigen Dreijährigen zu ihrem Schönsten gemacht zu haben. Ihre Reaktion war einmalig und nur darum geht es. Schon vorher hatte D. Wayne, der gerade als Superheld Black Adam vor der Kamera steht, darüber gescherzt, wie Tia sein Ego ramponieren würde. Sie wartete nicht einmal, bis ich die Frage beendet hatte, und antwortete völlig überzeugt Aquaman. Die Ironie lässt meine Seele lachen und mein Herz lächeln, sagte D. Wayne Johnson. Die Ironie lässt meine Seele lachen und mein Herz lächeln, sagte D. Wayne Johnson.